Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Kingdom of Death. Schön, dass ihr mit dabei sein möchtet. Wir müssen ihn hier auf jeden Fall retten. Vor diesem brutalen Adler. Der ist sehr angriffslustig. Warum auch immer. Da brauchen wir einen Schlüssel. Und da müssen wir irgendwas abdecken. Ich hab nur eine Schleife und Handschuhe. Ah, warte mal, da war was. Da. Ja, der gute Mann, der schreit und schreit. Aber ich kann ihm leider gerade nicht helfen. Das ist das Problem. Da haben wir auch noch was. Wir haben Handschuhe dafür. Ein Deckel. Ausgezeichnet. Na dann. Können wir es abdecken. Na, ob das hält. Soll auch gar nicht halten. Sollte nur helfen. Alles ist eingestürzt. Dank Zeus ist mir nichts passiert. Und er schreit da immer noch. Es tut mir leid. Oh Mann. Der tut mir echt leid. Kann ich ihn bewerfen? Oh, das gibt's doch nicht. Wir müssen ihm irgendwie helfen. Da steckt irgendwas drin. Wie kriege ich ihn da weg? Liegt da etwas im Stroh? Ja, dann guck doch nach. Ich meine, die Skelette hast du auch einfach so angefasst. Zu schade. Ich bin weder ein Titan noch ein Adler. Wie komme ich da hoch? Ah ja. Das brauchen wir alles dafür. Und er muss leider noch weiter schreien. Es tut mir leid. Setze die Zahlkacheln rechts ein, um Persephone auf die andere Seite zu führen. Sie kann nicht auf Stufen mit Hindernissen treten. Ah ja. Mann, er schreit total. Drei. Funktioniert das dann? Also, da sind ja Hindernisse. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Drei. Hier, fünf. Ich weiß es nicht. Probier es jetzt erstmal aus. Dann steht sie nämlich da. Ach so, ich kann es mal ausprobieren. Nee, kann ich nicht. Fünf. Okay. Einige sind aber wieder rückläufig, ne? Wenn ich jetzt da stehe mit ihr. Oh Mann, er schreit voll. Oder warte mal. Ich mach mal sieben. Dann steht sie da. Und dann gehen wir mal eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf zurück. Und dann gehen wir wieder... Geht das schon? Nee. Also jetzt steht sie da. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Ich guck mal einfach. Dann geht sie wieder zurück. Ach, schön, dass wir sie mal sehen. Ja. War richtig. Wunderbar. Ganz viele bunte Federn. Oh Gott, sein Geschrei. Der Arme. Tut mir echt leid. Wir müssen das Kästchen öffnen. Da brauchen wir aber einen Adler oder so für, ne? Wir kaufen jetzt erst mal was weiteres hier. Die linke Seite ist schon mal fertig. Ai, ai, ai. Lava kann Dinge entzünden oder schmelzen. Kann ich das irgendwie dafür benutzen? Ich muss endlich mal was finden, um den guten Herrn zu befreien. Er tut mir wahnsinnig leid. Aber doch nicht mit einer Kachel. Wir müssen mal eben leider gehen. Ich kann hier immer noch ran. Ah, er braucht ein Schwert. Das Schwert steckt in dem Gerippe fest. Ich brauche etwas langes, um da heranzukommen. Na dann, dann machen wir das jetzt so. Das müsste eigentlich funktionieren. Dann haben wir Schwert. Und das bekommt er. Ah, ein Bogen. Das ist schon mal gut. Das könnten wir gut gebrauchen. Schlafpulver nur für Lebende. Wirkt für eine Stunde. Süße Träume. Hypnose. Das ist genau das, was ich brauche. So werde ich den Adler los. Jetzt habe ich Schlafpulver. Das reicht schon. Du warst böse. Du schläfst jetzt. Und schäm dich ruhig eine Runde. Der arme Mann. Wir reden mit ihm. Der Adler schläft. Danke. Diese Träume war unverteidbar. Du bist Persephone, nicht wahr? Seusses Daughter? Ich habe so lange gebraucht, dass die Geister auf mich gebrauchen würden. Und der Egel wird für ein paar Zeit schlafen. Aber wir müssen uns trotzdem schlafen, um diese Kette zu entfernen. Es ist etwas näher mein Fuß. Vielleicht wird es dir helfen. Persephone. Okay. Wir müssen uns beeilen und ihn retten. Außergewöhnlich starke, von Zeus geschmiedete Ketten. Nichts kann sie zerbrechen. Sie müssen geschmolzen werden. Zum ersten Mal bin ich froh, in der Unterwelt zu sein. Die Lava kann diese Ketten schmelzen. Also, ich habe jetzt einen Schlüssel, ein Seil und einen Bogen. Ich dachte erst, wir müssen den Bogen benutzen für den Adler. Dem war aber nicht so. So, was haben wir denn hier? Hä? Hast du das ein Rätsel? Ordne die Klauen nach ihrer Größe an. Beginne mit den Kleinsten. Da ist der Kleinste. Aber der muss da sein, ne? So. Wahrscheinlich. Da ist die Größte. Und dann haben wir es auch schon. Sehr schön. Es hat Spaß gemacht. Bärenklaue. Eine Kerze. Wir zünden eine Kerze an. Brennende Kerze. Da. Das funktioniert leider nicht. Ähm. Ja, der Adler soll nicht aufwachen. Ich zünde das Stroh an. Weil das kann man nicht mit den Händen wegmachen. Die Gebeine schon, aber nicht das. Eieiei, hier ist viel los. Und wir müssen jetzt gucken, was wir so brauchen. Also auf jeden Fall Pfeile habe ich gesehen. Was ist denn das Rechte da? Eine Fledermaus. Niedlich. Das auf dem Pfeil. Ich weiß allerdings gar nicht, was das Rechte da sein soll. Ist das sowas? So Stricke oder was? Scheinbar. Noch eine Fledermaus. Schaut aber echt cool aus. Auch ein bisschen unheimlich. Ein bisschen gruselig. So. Die Axt, die habe ich eben schon erblickt. Natürlich. Die Maske. Ein Speer. Hier sind viele coole Sachen eigentlich. Wenn man es cool nennen kann. Das sind Gehirn. Brauchen wir das? Hier hat jemand sein Gehirn abgelegt. Ich nehme den Streitkolben mit. Gefällt mir besser als das Gehirn. Was brauchen wir denn noch? Hammer. Hammer. So. Was brauchen wir noch? Die Gabel. Ich war da eben drauf. Aber ich habe nicht darauf geachtet, dass wir die Gabel brauchen. Wir brauchen aber den Helm auf jeden Fall. Das nehmen wir auch mit. Die Kette. Das ist die Kette. Das Auge. Und eine Kelle. Dann haben wir alles. Sehr schön. Steinkelle. Können wir damit das jetzt vielleicht mitnehmen? Einmal hier schöpfen. Kelle mit Lava. Können wir ihn jetzt schon befreien? Bloß nicht tropfen. Sonst treffen wir ihn. Das wollen wir. Er hat schon genug gelitten. Wir konnten allerdings nur seine Seele befreien. Aber immerhin ist er jetzt frei. Und hat keine Schmerzen mehr. Ich werde nie vergessen. Deine Kindheit. Ich versuche dir. Die Goldene Gardener werden besser als immer. Wir haben ihn befreit. Und wir gehen rüber zu Elias. Bevor der Adler aufwacht. Der Adler aufwacht. Gut, dann nehmen wir das gerne an. Natürlich. Wunderschön, wunderschöne Tiere. Hübsch seid ihr. Alle Pferde mögen Äpfel, aber etwas verrät mir, dass diese keine gewöhnlichen fressen. Nein, natürlich nicht. Vielleicht mögen sie die goldenen Äpfel. Dann müssen wir irgendwie, ich weiß nicht, mit dem Besen. Nee, das geht leider nicht. So, dann machen wir hier mal auf. So. Dann haben wir erst mal das. Hihi, was ist das? Positioniere die Pfeile so, dass sie auf identische Porträts deuten. Aha. Wie jetzt? Ich muss mich mal orientieren. Die kann ich aber nicht ändern. Guck mal, das ist das hier. Ah, jetzt verstehe ich. Alles klar. Okay. Ich muss mich erst mal orientieren. Wer ist das denn? Kennen wir den schon? Das ist aber cool gemacht. Das gefällt mir. Ich muss nur im Rätsel raten, wer das sein soll. So, na? Die sehen so ähnlich aus. Wo ist er denn? Wen haben wir denn jetzt noch nicht? Aber das ist nicht das Richtige, ne? Ich muss mich erst mal orientieren. Gucken, wo die Pfeile überall sind. Moment. Wartet mal. Ah, der Rote ist da noch. Okay. So stimmt's überein. Cooles Rätsel. Hat mir gefallen. Das mochte ich. Und dann kommt nämlich das da rein. Und wir gehen in den Tempel des Helios. Oder wie auch immer. Ich kann das nicht immer richtig aussprechen, aber... Naja. Immer mache ich was kaputt. Mann. Was ist das? Was fehlt denn da? So ein goldenes Dingsbums da. Ich liege zu seinen Füßen. Hm. Hinter diesem Schild ist sicher ein Fach. Und das müssen wir jetzt irgendwie aufmachen. Aber ich habe, glaube ich, noch nichts. Autsch. Die sind spitz. Ich muss meine Hände schützen. Da brauche ich noch Handschuhe. Sonst wird das nichts. Diese Lampe wird mit dem Licht der Sonne entzündet. Da ist jemand drin? Der Sonnengott nimmt nur Gaben aus Gold an. Das machen wir hier erstmal sauber. Hier ist das ganz schön dreckig. Hier haben wir was gefunden. Von Wollknäuel. Okay. Ich muss den Sonnengott ein Geschenk da bringen. Hier kriegst du Kerzenständer. Nee, das will er nicht. Das ist ihm zu billig. Ach, das ist dieses Gesicht. Das, was da drin ist. Alles klar. Okay. Jetzt habe ich Stricknadel. Hier, mach das auf. Geht leider nicht. Ich weiß gar nicht, ob das... Nee, da vorne war ja nichts mehr eigentlich. Er schläft immer noch. Ah, doch. Hier war was. Schaut. Da haben wir noch dieses Emblem. Daran müssen wir denken. Aber ich glaube, sonst war hier nichts mehr. Oder beim Baum? Nee. Also wir haben noch diese eine Ecke da. Dieses Emblem brauchen wir noch. Ich habe einen Wollknäuel. Was mache ich denn mit Wollknäuel? Hm. Ich glaube, hier kann ich gar nichts machen erstmal. Nee, da brauchen wir die Handschuhe. Kann ich euch das schon ummachen? Nein. Aber wie machen wir das? Verzweiflungstaten. Ja, das sind Verzweiflungstaten. Weil hier ist ja eigentlich gar nichts mehr, außer die Pferde und die Äpfel. Da. Ist das nicht aus Gold? Wir haben ja eigentlich gar nicht so viel. Da fehlt etwas. Du willst dir die Hände nicht schmutzig machen. Ach so, okay. Gut, dann haben wir das schon mal. Ein Gesicht. Dann können wir das ja hier einsetzen. Die beeinflussen sich bestimmt gegenseitig, oder? Ordne die Schieber in einer horizontalen Linie in der Mitte an. Sie leuchten auf, sobald sie richtig platziert sind. Und beeinflussen sich gegenseitig. Ist das nicht eine Freude? Das ist doch was Feines, ne? Das ist nicht so schlimm, weil der bewegt sich alleine. Und da haben wir schon. Wir gehen in die Kammer des Schreckens. Naja, so schreckhaft ist sie gar nicht. Das nehme ich einmal mit. Wir haben einen Kamm. Der Kamm des Centaurus. Der Pferdeschwanz des Centaurus ist sein ganzer Stolz und verlangt gute Pflege, wenn man nicht mit Kämpfen oder wissenschaftlichen Studien beschäftigt ist. Ein Pferdeschwanz, der im Kampf Haare lassen musste, gilt als Schande. Sehr schön. Wir gucken hier nochmal auf den Tisch. Was ist denn hier so schön? Das ist ein schöner Tisch. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Da fehlt ein Schwert wahrscheinlich, ne? Das müssen zwei Schwerter sein. Da ist eine Mau Mau. Man sollte schlafende Katzen nie stören, aber ich möchte wissen, was unter dem Kissen ist. Sieht der... Niedlich. Der sieht aus wie mein Kater Felix. Da. Hab was für dich. Ja, spiel. Hopp. Süß, schaut mal. Die Katze spielt. Und mit diesem wunderschönen Bild, so wie die Katze jetzt spielt, beende ich den Part. Bedanke mich fürs Zusehen, fürs Zuhören und wenn ihr mögt. Dann könnt ihr gerne beim nächsten Mal mit dabei sein. Eure innere Appi. Na, ne Mau Mau. Wie sie spielt. Und mit diesem wunderschönen Bild.